Das heißt, schlagen darfst der Mann schon, ne? Richtig? Nein, wie gesagt... Aber das steht doch da. Aber dann steht Richter, ja. Warte ganz gut, aber... Das nehme ich so an. Aber habe ich Ihnen nicht eben gerade erklärt, was schlagen in dieser Sinne bedeutet? Wie ist denn dieses Schlagen? Wie ist denn dieses Schlagen? Zum Beispiel, so. Das war's. Ich hoffe, dass wir ein friedliches Gespräch haben. Dass wir miteinander einfach schön miteinander kommunizieren. Und ein bisschen... Genau, genau. Also, Thema war so quasi, wir Christen sind davon überzeugt, dass nur die Bibel die Wahrheit ist. Und wir sind nicht davon überzeugt, dass der Koran die Wahrheit ist. Und wir sind davon überzeugt, dass der Koran heute auch Gewalt ausübt. Und zum Beispiel, es gibt einen Vers, wo ich damit anfangen würde. In Surah 434 steht, dass man seine Frau schlagen darf. Wie würdest du diesen Vers erklären? Okay, guck mal. Ja, äh, erstens fangen wir mal an zuerst, äh, Surat al-Nisa, also halt, äh, warte ganz kurz. Schuhe mal mein Handy raus, damit wir gescheit darüber reden können. Also, wenn es kein Problem für dich ist, natürlich. Überhaupt nicht. Alles klar, perfekt. Dann gehen wir mal einmal, ähm, Kur'an, Kur'an, wo ist denn die Kur'an ab, bitte? Hier ist die. Dann gehen wir mal... Suche wie... Welche nochmal, bitte? Suche 434. Suche 434. Ich lese mal auf Deutsch. Okay, lese mal. Männer sind, ähm, die Versorger. Der Frauen will Gott einen, äh, den anderen auszeichnet und hat sie von denen ihren Vermögen hin, äh, geben. Und dann steht weiter, Rechenschaft Frauen, demütig und dann weiter, warte kurz. Wo fängt es damit an? Und jede Frau von jenen, die Widerspenstigkeit befürchtet, tadelt sie, verbannt sie, ähm, in ihren Eheband, also, das heißt, vermeidt sie auf ihr Bild und schlagt sie. Und, ähm, wie erklärst du so quasi, wann du sagst, okay, ähm, es ist... Wie erklärst du diesen Vers? Wenn ein Mann seine Frau nicht mag, so hat Allah uns drei Medikamente im Koran gegeben, wie man mit der Frau umgeht. Welche drei Medikamente? Wie sollen wir mit ihr umgehen? Am besten Leute, die schon geschieden sind, die haben dieses Thema durch. Schabar, bist du noch verheiratet? Wundert dich selber, ja? Na, bitte. Ermahnt sie, Nummer eins, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Natürlich das Schlagen, was hier gemeint ist. Richtig, nicht mit Anlauf und dann Kopfnuss, Bierkafa, wie ihr das bei manchen Leuten kennt. Sondern, bedeutet, ermahnt sie oder, was haben wir gesagt, meidet sie im Ehebett oder schlagt sie. Da haben wir schon den Vers, da hast du vollkommen recht, weil er so auf der deutschen Übersetzung ist für mich schwierig, als auf der arabischen Übersetzung. Für mich, ich empfehle er arabisch besser, weil es die originale Sprache ist vom Koran. Und zwar, da gebe ich dir vollkommen recht, aber eher umgekehrt herum, wie hat denn der Prophet seine Frauen behandelt? Hast du dich mal darüber nachgefragt? Okay, ich kenne eine Sache, aber ich weiß nicht, wo die Stelle genau ist. Ich kann dir gerne das schicken, wo jemand geschlagen wurde, jemand seine Frau geschlagen hat und seine Kleider grün war und seine Haut auch so grün war. Und der Prophet hat nichts dagegen gesagt. Verstehst du, wie ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Kennst du diesen Hadith? Nein, leider kenne ich diesen Hadith nicht, aber ich sage dir mal so, Bruder, dass der Prophet, der hatte ja vier Frauen, mehr, der hatte bis zu zwölf Frauen, warte, rass mich aus, der hatte bis zu zwölf Frauen, okay? Und diese acht Frauen, die er noch zu sich dazu geholt hat, waren verwitwete Frauen, also deren Männer in den Krieg gezogen wurden, die in den Krieg gezogen sind und nicht wieder zurückgekommen sind. Also so ein Ding war das, deshalb durfte er weitere acht Frauen heiraten. Aber einschließlich die vier, die er hatte, die wirklich mit ihm verlobt sind und verheiratet, die wirklich zu ihm nahe standen, hat er nicht geschlagen. Denn, wie heißt es nochmal, in Surat Nisa, also Surah 3, der erste Vers, warte ganz kurz, ich rezitiere. Es steht zwei bis drei bis vier Frauen da. Genau, danke. Ich kenne den Vers. Du kennst diesen Vers. Gut. Und da gibt es auch einen anderen Vers, wo er sagt, Aber zurück, können wir zurück zum Thema, okay, du hast gesagt, okay, kein Problem, du hast gesagt, okay, da steht, da stimmt, was du sagst, aber der Prophet hat die Frauen, gut behandelt, okay, das steht aber da, wie erklärst du das? Aber wie wurde, wenn im Koran steht, also schlagt sie, was heißt denn dieses Wort schlagen denn überhaupt für dich? So ein Ding drücken? Nein, nein, eigentlich nicht. Guck mal, Bruder, im Koran, du musst dir vorstellen, warum erwähnt denn Allah im Koran, zum Beispiel, wenn wir mal die Surah anfangen, Bismillahirrahmanirrahim im Namen Allah ist der aller Barmherzigste Barmherzigste, okay, ja oder nein? Da sind wir uns einig, das erwähnt er immer bei jedem Anfang, okay, außer eine Surah, die heißt Surat Tawbah, die fängt nicht damit an, die ist die einzige Surah. Aber Bruder, wie erklärt es denn, dass Allah dir sowas sozusagen, dir erlaubt, eine Frau zu schlagen, obwohl es eigentlich umgekehrt herum ist, dass die Frau im Islam das wertvollste Geschenk ist für den Mann? Verstehst du, was ich meine? So, es ergibt keinen Sinn, sorry, es ergibt wirklich gar keinen Sinn dafür, weil zum Beispiel schlagen, wie wir uns Menschen verstehen würden, ist Teil, dass wir uns gegenseitig prügeln oder dass wir zum Beispiel sie mit Blut beschmieren oder keine Ahnung mit was, verstehst du, was ich meine? Aber halt, ist halt nicht so. Viele verstehen es falsch, ist halt nicht, wirklich nicht so. Eine Frau zu schlagen heißt nicht, du gibst jetzt so eine Bombe, bis sie ohnmächtig wird. Es gibt unzählige Leute, die sowas machen. Auch 100% im christlichen Teil gibt es so welche Leute, die krank so sind und die Leute, die ihre eigenen Frauen zusammenschlagen. Aber was schlagen bedeutet, heißt zum Beispiel Kleinigkeit, zum Beispiel so anfassen, nicht hundertprozentige schlagen. Verstehst du, was ich meine? Die Frau darfst du gar nicht anfassen überhaupt, damit du bescheiden kannst. Ich verstehe den Punkt. Natürlich gibt es Menschen, die das machen. Ich glaube, dass du nicht so jemand bist, keine Frage. Ich glaube, du wirst deine Frau bestimmt sehr respektieren. Aber es geht nicht darum, ob jemand das macht oder nicht. Wir gucken diese Quelle, diese Sura und Aya, ob das da steht. Aber wieso rezitierst du nicht weiter die Aya? Das ist die Frage. Okay, dann erklär mir, was geht es weiter. Das ist kein Problem. Wir haben ja auch ausgemacht, dass wir miteinander reden friedlich, dass wir einen Dialog haben. Genau. Und wenn wir nicht weit kommen, dann lassen wir diesen Punkt. Dann hätte ich noch zwei andere Fragen und dann können wir zusammen düdum essen. Alles gut, gar kein Problem. Ja, können wir machen. Wäre gar kein Problem. Ich bin, okay. Islam.de, surat al-Nisa, im Namen Allah, 35. Also ausgesagt von... Und wenn ihr Widerstreit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt ein Schiedsrichter aus seiner Familie und ein Schiedsrichter aus ihrer Familie ein. Wenn sie beide eine Aussöhnung wollen, wird Allah sie beide in Einklang bringen. Gewiss ist Allah, gewiss, Allah ist allwissend und allkündig. Also was heißt es? Guck mal, du hast von Aya 34 rezitiert, okay? Hier ist der Vers. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende. Weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist erhaben und groß. Guck mal, nur diesen Vers hast du rezitiert. Nur wo dieser gewalttätige Vers drin ist, okay? Aber guck mal. Okay, was wäre die Erklärung, dass man, aber da steht schon Schlagen drin. Ja, warte ganz kurz. Aber was steht denn auch davor? Was steht denn davor? Darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende. Was heißt das hüten das zu Verbergende? Verstehe ich mir? Verstehst du nicht? Der Hüt und das Verbergende heißt zum Beispiel diese Hijab, was Pharaoen tragen. Warum ziehen dann meistens muslimische Frauen, Alhamdulillah, viele Hijabs an? Oder zum Beispiel Kopftuch. Weil der Prophet klar und deutlich im Koran gesagt hat, Ja, eyyuhal Rasul, qulli azwajika, wa banatika, wa nisai almuminina, yudnina alayhinna min jalabi bihin. Dahlika adna ayyu'arafna, fala yudayna, wa kanallahu ghafura rahim oder bi kulli shayin alim. Eiz von den beiden, tut mir leid. Okay, warum? Wenn sie Hijab anzieht, dann schlagt man sie nicht. Nein, warte, nein, nein, nein. Auch generell gar nicht. Du darfst keine Frau eigentlich schlagen. Wie wir in diesem Vers, du rezitierst ja nur von diesem Vers 34. Aber ich will Vers 34 auch erklärt bekommen, weißt du? Deswegen rezitiere ich das. Ihr befürchtet, ermahnt sie und schlagt sie. Das steht doch. Er meint, ermahnt sie und schlagt sie. Aber ich habe dir ja schon davor gesagt, was heißt denn dieses Schlagen? Meidet sie im Ehebett? Ja, das steht darauf. Aber ermahnt sie im Ehebett? Wieso denn? Das weißt du auch wieder nicht. Wieso denn? Eine Lektion für sie. Falls sie zum Beispiel, guck mal, eine Frau. Guck mal, ich sage dir mal eines, okay? Eine Frau. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Freund oder zum Beispiel, du hast eine Freundin, okay? Ist ja alles schön und gut. Ich habe keine Freundin. Nein, nein, nur so als Beispiel. Ich habe selber keine Freundin, sage ich dir offen und ehrlich. Weil, Alhamdulillah, alles schön und gut. Aber guck mal, erklär mir mal, Bruder. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin hast, du bist glücklich mit ihr. Alles schön und gut. Und auf einmal, du hast einen Fehler. Nein, zum Beispiel, sie hat einen Fehler gemacht, okay? Einen ganz, ganz großen Fehler. Ja, sagen wir jetzt nicht so, dass sie dich jetzt sozusagen mit einem anderen betrogen hat, aber einen richtig großen Fehler, was man nicht verzeihen kann, okay? Wie würdest du denn reagieren? Also, ich würde sagen, schlagen, sagt die Bibel ganz klar. Also, Freundin ist klar, wir dürfen auch nicht Freunde haben, sondern wir müssen in einer Ehe sein. Aber wenn jetzt meine Frau sich fremd geht, natürlich schlage ich sie nicht. Ich meine, in der Bibel ist, ich darf mich scheiden lassen von ihr, weil sie fremd gegangen ist. Okay, aber darf ich mal kurz den Vers weiter gucken? Weißt du, was mich noch weiter interessiert? Genau. Aber ist alles okay, ne? Nein, alles gut, kein Problem. Den Vers 34 ist das, dann steht ja, die Männer stehen in Verantwortung über Frauen dessen, womit dann steht, wo steht es? Genau. Und die, dann steht, warte kurz. Darum sind die Rechtschaffenden Frauen Allahs demütig ergeben und hütend. Guck mal, derenjenige Widerspenstigkeit, wenn ihr befürchtet, wenn du nur den Verdacht hast, hier, befürchtest, nicht mal genau gesehen hast, ob sie fremd gegangen ist, sondern du nur fürchtest, dann ermahnt sie, dann schlagt sie. Was heißt das dann am allererstigen, ermahnt sie? Warum denn ermahnen? Weil du befürchtest es ja nur, du hast es ja nicht selber gesehen, verstehst du? Die deutsche Übersetzung, ich sage es immer wieder, die deutsche Übersetzung ist nicht die hundertprozentige Übersetzung, nicht vom Arabischen. Vom Arabischen her, wenn man Arabisch gut kann, wird man es auch verstehen, aber nicht wie heißt es, aber nicht nur diese Teile. Okay, was heißt das auf Arabisches? Das heißt, Ar-Rijal قوامون على النساء. 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 Guck mal, und wenn ihr wie der Streit zwischen den beiden befürchtet, dann setzt einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie. Sozusagen, es müssten Zeugen, Zeugen wie hier. Das heißt, schlagen darfst der Mann schon, richtig? Nein, wie gesagt. Aber das steht doch da. Aber dann steht Richter, ja. Warte ganz gut. Das nehme ich so an. Aber habe ich Ihnen gerade erklärt, was Schlagen in dieser Sinne bedeutet? Nicht schlagen das, was wir Menschen von uns kennen. Wie wäre ein geschlagen? Wie würdest du deine Frau schlagen? Ich würde sie nicht schlagen. Ich würde sie noch da an. Aber steht doch da, dass du das sagst. Guck mal, aber wie ist denn diese schlagen? Wie ist denn diese schlagen? Zum Beispiel, so. Das war's. Schlagen darf man nicht. Ist verboten. Warum sagen wir, wir leben nach dem Koran und nach der Sunnah? Sunnah ist der Zweite. Das Koran ist das Erste und das Sunnah ist die Zweite, okay? Was der Prophet gemacht hat? Hat der Aisha, radiyallahu anhu, geschlagen? Nein. Hat er seine anderen drei Frauen geschlagen? Nein. Verstehst du? Okay, gut. Dann lass mir dieses Punkt so stehen. Kein Problem. Du hast deine Antwort gegeben, aber ich muss auch ehrlich sagen, ist okay. Hat mich nicht überzeugt. Sie beobacht. Danke. Thank you.